Redet da noch immer nichts? Wenig bis gar nicht. Eher nix. Daher fährt die teuersten Medikamente nichts, wenn sie im Kopf nicht dazu bereit sind, gesund zu werden. Die anderen haben gesagt, du stirbst. Wie fühlt denn sich das an, wenn man weiß, dass man stirbt? Verpiss dich oder ich steche ihn an! Lass den Scheisschiebung! Letzte Beordnung! Polizistenmord ist kein Pappenstiel, wissen wir wieder, wa? Unser Rechtsstaat zeigt sich von seiner menschlichen Seite. Wenn Sie jetzt mitspielen... ...können sie in Freiheit sterben. Du darfst doch mal raus, wa? Gibt es hier jemanden, den Sie sehen willst? Das Leben ist noch nicht vorbei. Machen Sie aber draus. Carpe diem. Wissen Sie, was das heißt? Ich darf vorstellen, Ibrahim Nabil. Legende-Ehrenmann. Mein Bruder! Wir sind keine Brüder mehr. Mach was für mein Geld. Mama! Mama! Die Sachen brauchen stehen, erst dann werden die schlecht. Hey, Schatze. Sie heißt Junio. Du bist 17 Jahre alt und sie ist klug und witzig und schön. Und sie braucht dich nicht. Hast du das verstanden? Ich muss nach Berlin. Ich komm mit. Ich muss hier raus. Verstehst du? Ich werde so verrückt. Und du hast jetzt die Chance, mal für mich da zu sein. Wie ein richtiger Vater. Du hast fünf Sekunden, bevor ich dir eine Kugel in den Kopf jage. Krebs im Endstabium. Krebs. Na Rahm, wer wird dich dann beschützen, hä? Komm! Hau ab! Marie, tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, was hier läuft, aber ich will meine Tochter zurückhaben. Wer bist du eigentlich? Jojo. Wo ich herkomme, da gibt's Irre und Stolz. Das geht nicht, was du machst. Was denkst du, wer du bist, ne? Dass du mein Vater bist, oder was? Du bist Niemand für mich. Nabil, Nabil, beeil dich! Was machst du da? Du bist schweiz und Orangen. Wir müssen mir keine mehr klauen. Nabil wächst keine Orangen bei mir. Ist das so kalt? Es ist einfach nur so kalt. Blick dich nicht mit uns an, ja? Wir sind Libanesen. Bäh! Libanon. Schawafel. Falama. Ist geil.